Hallo Leute und meine Zwillingsschwester ist wieder da und jetzt machen wir hier mit Schminken. Wir schminken uns mit Augen zu. Zuerst einmal mit Augen offen, ungefähr als Vorlage und danach mit Augen zu. Okay, wir fangen erstmal an. Ich bin das. Ist das das, was ich denke? Was? Nein. Es ist das, was ich denke. Hast du recht? Ja. Okay, hast du einen Spiegel? Ja. Danke. Ich schaue mir auch noch einen Spiegel. Hier ist dein Spiegel auch. Aber wir machen ohne das hier, okay? Was? Hübbeling schminken. Ich habe schon klein gesagt. Schon jetzt, Chiara, bist du schmutzig. Guck mal, Bella. Also hier habe ich schon ein bisschen dunkler als hier, ein bisschen anspannter. Guck mal. Guck mal. Den Namen sag ich, ich nehme sie an. So. Es sieht, also ich muss sagen, es ist schon ganz geil geworden. Ich muss sagen, bei mir ist nichts geworden. Das sieht man auch nicht. Ich? Ich wette, ich saue mich gleich sau ein. Bevor wir schon dieses Blin schminken. Ja. Wo war ich hier hin? Ich habe mich noch eingesaugt. Oh, es sieht so schön aus. Hier habe ich mich so... Da sehe ich da schön aus. Ja, guck mal. Ich sehe wie ein Model aus. Ich glaube, da sehe ich Model wieder aus. Sieht aus wie ein Pummel. Sie sehe wirklich so aus. Hier, kennt ihr das Samus? Sieht gleich das Samus. Glaubt mal, wenn wir blind schminken machen, dann sieht sie aus wie das Samus. Dass sie auf dem Schrottplatz gemelcht hat. Denn ich kann ehrlich so kacke schmeißen. Ich kann ehrlich so kacke schmeißen. Ich schmink nicht kacke. Okay, ich sehe jetzt schon aus. Guck mal auf mich. Ich habe schon Femmel gesehen. Sie ist ein kleiner Biest. Leider, ich sehe jetzt zum Teil aus wie ein kleines Biest, oder? Nee, weil sie so schön aus wie hier. Bei mir aber nicht. Ich bin hier eben gestorben. Ich bin hier nicht so schmutzig. Was ist das hier? Pudern. Kannst du auf dem Gesicht drauf. Das ist Blush. Ja, Blush. Blush. Blush ist doch Ruche, oder? Es gibt auch sowas. Oh, das sieht gut aus. Sieht wie, wie, wie. Es gibt aber auch das. Guck mal, es gibt aber auch das. Oh, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ähm, ich versuch's jetzt mal. Aber wir dürfen uns wie Sau schminken. Ich versuche das jetzt auch zu drauf. Oh mein Gott, hier fliegt das rum. Dann nehme ich mal diesen Spiegel. Und versuche, mich zu schminken. Geh mal an die Seite, du Fräulein. Miausch. Nur weil ich gerade endlich mal wieder aus, ähm, warte. Warte, wo war ich letzte Woche nochmal? Ich hab den Namen. Achso, aus Amsterdam zurückgekommen. Und dann muss mich jetzt gleich wieder so wieder schminken. Guck mal. Guck mal, sie hat einfach hier über alles so einen Strich. Und sie war blinzeln. Wissen Sie dumm, ich bin hier aber einfach so gemacht über den Spiegel. Okay, ich hab schon tausend Jahre das nicht gemacht. Ich geh mal zu den Spiegel. Ich nehme ein anderes Blushy. Also, ähm, ich muss euch nur eins sagen. Am Ende sehen wir beide aus wie Sau oder wie eine Queen. Oder halt wie wie eine Frau oder wie eine Queen. Entweder wir sind beide wie eine Sau oder wir sind beide eine Queen. Oder nur ich bin die Queen. Ja, ja. Guck mal, du bist hier. 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 Aber, ähm, sie ist zehn Minuten älter als ich von daher. Ja, ja. Ich bin elf, du bist zehn. Ich meine 1100. Ja, ja. Genau. Sie sagt immer, ich bin ja jünger als sie. Aber in Wirklichkeit ist sie nur fünf Minuten älter als ich. Ja, ja, Mann. Alter. Hehehe. Ich bin auch jetzt zwölf in Schwester. Hm? Also, ich finde das jetzt schon ganz süß. Oh, nö! Das wird ein kleines Kawaii Girl. Also, ich habe hier, ähm, ich zeige euch mal so ein bisschen, was ich bisher gemacht habe. So, bis die, ähm, Frau von irgendwo, die hat mir das Ding gerade geklärt bei den Augen, ähm, Augen-Make-Up. Also, jetzt habe ich einmal dieses Blush genommen. Ähm, das ist von, was ist das? Von der, nein, von Tech Love Blush. Einfach schon. Cat Rease. Ähm, kannst du mir ganz kurz das Ding rein? Oder, ne? Ähm, ich hol's mir gleich. Und jetzt an den Wangen habe ich schon leicht einen rosa Ton. Und ich möchte halt ein bisschen cute aussehen. Und deswegen mache ich ein bisschen heftiger. Bella, guck mal, ich sehe ganz heftig aus, oder? Was vermasselt wegen dich? Du siehst gar nicht, ähm, meine... Gar nicht hässlich aus? Ja, ich weiß. Gar nicht heftig, meine ich. Sieht voll heftig aus. Wie sehr heftig. Schrecklich aus. Also, das hier habe ich auch noch benutzt. Und das muss ich auch mal hin. Und, hey, ich bin noch gar nicht fertig. Ich habe gerade erst drauf gemacht. Guck mal, wie viel du bist. 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 Ich meine Kiramella. Guck mal, wie viel du bist. Und dann muss man so machen. Lass mich in Ruhe. Chiara heißt unsere Cousine. Du verwechselst mich immer noch mit unseren Cousinen aus England. Und aus Russland. Sie ist aus Frankreich. Aus Frankreich. Nein, aus Frankreich. Aus Frankreich. Aus Frankreich. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, wie viel du bist. Die kommt aus Frankreich noch immer. Du musst mich aber wirklich so schminken. Nur bei den Augen lassen wir das Make-up dran. Wir können das auch machen, dass ich dich schmink und du mich schminkst. Ja, genau. Und zwar gleichzeitig auch noch. Ja. Also ich übertreib jetzt mal ein wenig mit dem Make-up. Ich übertreibe mit dem Make-up. Weißt du, der Strat, wo wir das her haben, ist für unsere Mama. Wir haben mit dir ganz viel Schmink. Scheiße. Guck mal. Ich bin mega wieder. Du siehst total süß aus. Glaub mir. Ja, ja. Wo ist der Stift? Da. Danke Gott. Sonst werde ich ungebraut. Oh, warte. Soll ich mich noch rasieren? Rasieren? Nein. Nein, muss ich natürlich nicht. Sie haben einfach High-Schein. Aber ich überlege gerade noch, welchen ich benutze. Solange die Kleine mir das schon mal geklaut hat. Die Kleine? Ja, sie ist ein bisschen älter als ich. Aber deswegen benimmt sie sich auch wie eine bisschen ältere. Und ärgert mich damit immer, dass sie älter ist. Nein. Du ärgerst mich die ganze Zeit damit, dass du eigentlich so ärgerlich bist. Du ärgerst mich mit dich selber. Nicht wundern. Also wir haben dieselbe Mama, aber verschiedene Papas. Also ja, sie ist in Russland geboren. Und ich bin... Im Gymnasium geboren. Ja, ja. In so einer Schule. Nein, ich bin in keiner Schule. Du dumme, schlaue Leute. Ja. Hier, die übertreibt gerade mal. Ja, ja. Uh, das sieht süß aus. Ich habe ein bisschen davon drauf gemacht. Ein bisschen viel. Boah, das sieht so gruselig aus. Also ich glaube, ich schmecke dich als Teufel nachher. Ja, ja, Mann. Was für Scheiße. Also ich sehe ganz süß aus, finde ich. Also nein, ja, ich... Ich bin noch am Üben ein wenig. Ähm, sie ist ein bisschen kleiner als ich am Üben schon. Also ich habe mehr Schmink als sie. Wie? Wir wohnen, also ich sag mal im selben Dorf, aber nicht im selben Haus. Und ich bin halt wie ein Lipschitz, der ich münge. Ähm, normalerweise bin ich am Amsterdam, aber ich bin mal von der Tür zu besuchen gekommen. Und jetzt bin ich ein bisschen bei meiner Halbschwester. Ich sehe, wer ist da draußen was braucht. Warte, das brauche ich gerade. Das brauche ich auch noch jetzt. Es ist immer noch, Blush ist immer noch kein... Ach, egal. Sie wird es nie lernen. Von daher, ich habe viel mehr Schwenker als sie. Sie selber hat nur einen zum Lippenvergrößern Lipgloss. Und mit dem... Und... Der grüßt jetzt meine Lippen und deine aber nicht. Doch, ich habe auch einen davon. Ja, ja. Aber, ja ehrlich, soll ich mal zeigen, der brennt richtig. Der brennt viel, viel mehr. Vor allem. Oder musst du den mal mitbringen? Ich weiß gar nicht, hab ich den überhaupt? Ja, ich weiß, wo der liegt. So. Ähm, ich habe auch noch ein Deo. Ich habe auch zwei große Parfümproben. Normalerweise gibt es ja nur diese kleinen Parfümproben. Wir gehen sowieso besser zusammen einkaufen. Ja, vielleicht. Wir gehen sowieso mal einkaufen, vielleicht zusammen. Deshalb würde ich mir sagen, dass wir vielleicht sogar heute zusammen gehen. Okay, ich glaube nicht, aber... Könnt ihr fragen. Nein. Ansonsten muss ich nämlich zu meiner, ähm... Zu meiner anderen Mama. Wandel. Weil wir sind Halbschwestern. Weil wir sind Halbschwestern. Ja, nee. Zu meinen... Zwei Brüdern. Meine andere Schwester. Meine andere Halbschwester, die wohnt ja nicht hier. Und, äh, ich habe sehr viele Halbschwestern. Hier habe ich zwei, ähm, äh, bei meinem anderen Vater habe ich zwei. Und bei meiner anderen Mama habe ich zwei Brüder. Also... Meine Mama ist mit Papaschwestern. Du weißt es ganz genau. Du hast auch ein paar Stiefpappen. Ja. Wie gruselig ich das einfach sage. Wartet kurz. Wie findest du meinen Look? Wie findest du meinen Look? Du bist gruselig. Da sehe ich ja noch süßer aus. Ja, ja. Ich winke. Ihr seht viel besser aus. Ja, ja. Ihr könnt gleich unsere Looks bewerten und in die Kommentare schreiben, ob ihr mich, mir... Dieses Video wird so fast immer sehen. Ja. Wie mich, mir oder, äh, meine Schwester, ähm... Bella Donna mehr. Bella Donna mehr mögt. Bella Donna mehr mögt. Unsere Looks... Unser Make-up kann man fast gar nicht sehen. Ach, scheiß. Puh, puh, puh. Puh. Ne. Erstmal habe ich meine Haare damit auch noch gefärbt. Schwarz. Und jetzt noch ein bisschen meine Augen hier oben wieder mal. Wie schön. Kennst du diese Gesichtspiels? Nein. Die machst du ins Gesicht und verreibst die dann. Und dann hast du sozusagen eine Perle, die dich schminkt. Eine Perle, die dich schminkt? Ja, eine schminkende Perle, sag ich mal. Gott, nein. Kenn dich nicht. Die hab ich auch nicht. Ich hab, ich hab bei mir auch noch Deo zu Hause liegen, Parfüm, Puppe, also eigentlich alles. Alles, was ich bisher brauche. Ähm, zwei Lippenstifte hab ich auch. Wie findet ihr meinen Look bisher? Hässlich. Also, ich geb mir selber einen Daumen hoch. Oh. Also nein. Wir ärgern uns gegenseitig auch sehr, sehr oft mit unserem, ich seh schöner aus und alles. Und ich mach das am allerliegsten. Ich seh schöner aus als du. Und dann natürlich das mit mir. Was machst du denn? Ja, das ist ja hässlich. Das ist nicht für das, was du gerade gemacht hast. Es gibt aber solche. Ja, ich weiß nun, aber das ist nicht dafür. Ich weiß, das hab ich gerade selber gemerkt. Also mit mancher Schminke kenn ich mich nicht aus. Weil hier, äh, weil meine Stiefenbauer, die hat hier ehrlich ein wenig Kunstkrams drin. Also du, wie findest du meins? Ich mach mich. Bela, ich glaub ich werde dich sogar schöner schminken mit Augen zu. Guck mal, ich hab, guck mal, ich hab, äh, ich hol mal kurz die Kamera. Ich hab mir auch die Augen, was du machst. Was hast du dir gemacht? Du hast dir nichts gemacht. Also hier im Licht könnt ihr jetzt mal beurteilen unsere Looks. Vorhänger auf! Und ich zwei. Okay, so. Man sieht uns nicht aus. Ihr würdet sagen, dass sie besser ist. Ich weiß nicht. Ich bin viel besser. Also wir zwei, wir wollen jetzt mit Augen zu, glaub ich, starten, oder? Ja. Okay, ich schmink dich zuerst. Aber in dem nächsten Video, Leute, guckt ihr ein Video. Weil das Video dauert schon fast 15 Minuten. Und wenn es 15 Minuten dauert, muss ich irgendwas an meine Nummer eingeben. Und so ein Unsinn. Also wir sehen uns in einem anderen neuen Video. Bye, bye!